Also das Thema mit der WhatsApp-Gruppe. Warum habe ich jetzt eine WhatsApp-Gruppe gemacht? Was bringt das? Wofür soll die da reinkommen? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Und warum machen gerade alle WhatsApp-Gruppen? Es sind keine WhatsApp-Gruppen, sondern es sind Kanäle. Es ist ein neues Feature, was reingekommen ist. Und es ist jetzt global verfügbar. Und zwar kann man einfach einen Kanal erstellen. In dem Kanal kommen halt nur Ankündigungen rein. Man kann darin nichts schreiben, sondern nur die Person, die das halt gegründet hat, kann darin was schreiben. Und warum ist das so wichtig? Weil WhatsApp die meistgenutzte App weltweit ist. WhatsApp ist bei egal welcher Alterszielgruppe die meistgenutzte App. Und es ist auch generell in total die meistgenutzte App. Die App, die ihr alle am Tag am häufigsten öffnet und verwendet. Und genau das ist der Grund, warum jeder eine WhatsApp-Gruppe macht. Weil das der einfachste und direkteste Weg ist, um euch zu erreichen. Wenn ich sage, ich mache jetzt Discord-Server, dann erwische ich damit genau die Leute, die Discord daily usen. Vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen, der halt, keine Ahnung, eine Woche einmal Discord verwendet oder so. Aber es gibt so viele Leute, zum Beispiel meine Freundin, die halt irgendwas anderes studiert, nichts mit Gaming zu tun hat, die verwendet kein Discord, noch nie was davon gehört, ja. So als Beispiel, ja. Und es gibt super viele Leute, die halt auf Instagram sind, die auf Twitter sind oder die auf Twitch sind oder auf YouTube sind. Aber nicht jeder ist auf jeder Plattform. Aber jeder ist auf WhatsApp. Jeder ist auf WhatsApp. Und deswegen ist es halt so ein huge Ding, dass alle halt eine WhatsApp-Gruppe gerade machen. Weil man damit halt super alle Leute erreichen kann. Und das auch jederzeit. Und was ist das mit deiner Telegram-Gruppe? Soll ich mich da abmelden? Ich hatte nie eine Telegram-Gruppe. Also keine Ahnung, wo du da angemeldet bist, aber ich würde mich da schläufigst abmelden, ja. Aber ja, wegen WhatsApp, ja, joint gerne in der Gruppe. Ich werde euch da nicht zuspammen oder so, ihr werdet halt Infos von mir bekommen. Let's do it, guys. Tschüss. Tschüss. Tschüss.